Selbstkompetenz. Das ist eine der wichtigen Fähigkeiten, die eine gute Führungskraft beherrschen muss. Was unter dem sperrigen Begriff Selbstkompetenz zu verstehen ist, was das für dich bedeutet und wie du an deiner Selbstkompetenz arbeiten kannst, um eine exzellente Führungskraft zu sein, das erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Auf diesem Kanal geht es zu 100% um alle Themen, die mit Mitarbeiterführung zu tun haben. Dieses Video ist Teil einer Serie, bei der wir die fünf Kompetenzen einer Führungskraft genau unter die Lupe nehmen. Die anderen Videos findest du am Ende dieses Videos sowie in der Beschreibung verlinkt. Beginnen wir mit der Selbstkompetenz. Was gehört dazu? Die Selbstkritik und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Niemand, also vielleicht ist es eine harte Nachricht jetzt für dich, aber niemand ist unfehlbar und wir alle machen auch mal Fehler. Wir sehen Dinge auf eine gewisse Art und Weise, wie es vielleicht auch hätte anders sein können und was wir hätten besser machen können. Und eine gute Führungskraft beobachtet sich immer wieder selber, reflektiert über Dinge, die sie tut, vor allem wenn Dinge nicht gut laufen, aber auch wenn Dinge richtig gut laufen, um herauszufinden, wovon sollte sie mehr machen und wovon sollte sie in Zukunft vielleicht auch Abstand nehmen. Also die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion und dann, nächste Eigenschaft, zur Bereitschaft zur Veränderung. Nee, nicht zur Bereitschaft, sondern du brauchst die Bereitschaft zur Veränderung. Und zwar dich selber zu verändern ist essentiell, um langfristig als Führungskraft erfolgreich zu sein. Denn du wirst, angenommen, du bist 30 Jahre lang Führungskraft, niemals mit genau der gleichen Führungsphilosophie über 30 Jahre hinweg und vor allem mit den gleichen Führungsmethoden immer erfolgreich agieren können. Deswegen musst du immer wieder reflektieren, wie kann ich meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten auch verändern, weiterentwickeln und auch Dinge, die ich vor zehn Jahren abgelehnt hätte, jetzt mit Vehemenz vertreten und Dinge, die ich vor zehn Jahren gemacht habe oder vielleicht auch letztes Jahr aufgrund von Veränderungen in der Situation, dass ich heute sage, okay, funktioniert ja eigentlich ganz gut. Gut, beispielsweise 2020 und 2021 mussten viele Führungskräfte lernen, dass das Homeoffice, das sie früher abgelehnt haben, gar nicht so schlecht ist, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Die Bereitschaft zur Veränderung ist auch dann wichtig, wenn wir unsere eigenen Grenzen erkennen. Und das gehört eben auch dazu, dass wir als Führungskraft dazu bereit sind, im Zuge der Selbstkompetenz unsere eigenen Grenzen zu erkennen, immer wieder auch mal auszuloten, wo unsere Grenzen sind und uns Feedback zu holen, was machen wir gut, was können wir noch besser machen, wo sollten wir auch mal die Finger von lassen, um eben zu merken, gefällt uns das, machen wir das richtig, sollten wir uns da noch was Zusätzliches aneignen oder sollten wir sagen, nee, also das ist die Grenze, in der will ich bleiben. Manch einer ist vielleicht glücklich, wenn er zwölf Leute führen kann und damit ist er happy. Jemand anders möchte 500 Mitarbeiter führen und wiederum jemand anderes möchte ganz gern 10.000 Mitarbeiter führen. Und wenn derjenige das dann kann, super. Wir sollten aber eben auch erkennen, dass wir das manchmal nicht so gut können und deswegen die eigenen Grenzen erkennen, was dann auch bedeutet, uns wirklich immer wieder Feedback zu holen. Und Feedback hilft uns dabei auch, unsere eigenen Fehler zu erkennen, denn manchmal, ja, da sehen wir die Fehler, die wir machen, nicht selber. Also auch da gehört dazu, dass wir einen guten, gesunden Umgang mit eigenen Fehlern erlernen und uns erarbeiten. Vor allem haben wir dann auch eine sehr, sehr gute Vorbildfunktion, damit wir unseren Mitarbeitern zeigen, wir als Führungskraft machen auch Fehler, wir setzen uns mit denen auseinander, ist nicht immer einfach, aber es gehört dazu und es gehört zur Weiterentwicklung dazu. Zur Weiterentwicklung gehört auch Motivation. Du kannst mich motivieren, wenn dir das Video gefällt, indem du den Daumen nach oben Knopf drückst. Das ist hoffentlich keine widersprüchliche Information, aber was du können musst und wo wiederum Selbstkompetenz dazugehört, ist, dass wir mit widersprüchlichen Informationen als Führungskraft umgehen können müssen. Wir müssen wissen, okay, wenn wir Informationen bekommen, dann kann es auch mal sein, dass Informationen fehlen oder sich irgendwie widersprechen. Jetzt kannst du dann entweder sagen, mach ich gar nichts, warte ich erst mal ab. Das ist nicht immer die beste Variante. Oder aber du wirst total wirre und springst wie ein aufgeregtes Huhn im Hühnerstall rum und machst dann heute dieses, morgen jenes. Das ist auch keine gute Führung. Das heißt, du musst für dich selber Fähigkeiten entwickeln, wie du mit mangelhaften, widersprüchlichen oder fehlenden, also nicht vollständigen Informationen umgehst und dann auch Entscheidungen triffst. Dazu gehört auch eine Offenheit, Informationen anzunehmen, auch wenn sie dem widersprechen, was du eigentlich glaubst oder was du erwartet hast und dann transparent damit umzugehen und aufzuzeigen, okay, so habe ich das verstanden, so sieht die Situation jetzt vermutlich tatsächlich aus und auch Transparenz deinen Mitarbeitern gegenüber zu zeigen und zu geben, wenn du beispielsweise Entscheidungen triffst. Wenn du übrigens deine Führungskompetenzen verbessern möchtest oder wenn du Führungskräfte führst, die sich entwickeln sollen, dann empfehle ich dir unser Bootcamp für Führungskräfte. Den Link findest du hier oben. Im Jahr 2020 und 2021 haben wir vor allem gelernt, dass es wichtig ist, aber nicht einfach, auch Resilienz zu haben. Das ist ein bisschen sperriges Wort auch, so wie Selbstkompetenz. Resilienz eben das Umgehen können mit Rückschlägen, mit schwierigen Situationen, auch mit widersprüchlichen Informationen und zu Resilienz gehört auch dazu, einen Durchhaltewillen und Ausdauer zu haben, sowohl wenn es schwierige Phasen sind, als auch wenn wir Entscheidungen getroffen haben und das zahlt sich eben nicht sofort aus. Da gehört dann auch dazu, wirklich transparent auch zu entscheiden und zu sagen, okay, aus den und den Gründen bleiben wir dran und dann auch mit Optimismus, auch in schwierigen Phasen, unseren Mitarbeitern vorzuleben, dass wir durch die Situation durchkommen müssen. Aber Optimismus ist etwas, was aus uns selber rauskommen muss. Und Optimismus muss gleichzeitig auch einhergehen mit Realismus. Wir müssen verstehen, was ist realistisch. Manchmal sollten wir den realistischen Teil auch ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, das ist zwar realistisch, aber wir glauben, dass wir eigentlich eine Chance haben oder wenn wir dranbleiben, dann wird es funktionieren, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Den Optimismus, den musst du von dir heraus entwickeln und ihn dann weiterzutragen und deinen Mitarbeitern weiterzugeben. Da gehört dann auch dazu, mit Frustrationen für dich selber umzugehen und die nicht zu zeigen. Wenn du frustriert bist, du kannst mal sagen, okay, die Situation ist gerade schwierig und ich muss da auch dran knabbern. Aber, und dann kommt gleich eine optimistische, positive Message. Denn dann zeigst du auch, dass du ein ernstzunehmender und ehrlicher Mensch bist, dem man vertrauen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die du eben auch haben musst und entwickeln musst, anderen Menschen zu vertrauen und denen auch zu zeigen, dass du ihnen vertraust. Ich hoffe, du vertraust mir und glaubst, dass diese Kompetenzen wirklich wichtig für dich sind. Und wenn ja, abonnier doch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und bleib dran, denn ich habe gleich zwei weitere Videos zum Thema Kompetenzen von Führungskräften für dich rausgesucht. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.